Ich soll Sie von Anni Gabriel grüßen. Ah, vom Alpina Palace. Fräulein Gabriel lebt noch. Sie möchte, dass ich Sie besuche. Darf ich sagen, Sie kommen? Das Hotel wird ja bald abgerissen. Wissen Sie, ähm... Die Comics. Die Mickey Mouse Hefte, die ich bei Ihnen gekauft habe. Hier ist Post aus Entenhausen. Ich wuchs bei meinen Großeltern auf. Großpapa war alterslos wie alle Erwachsenen. Ich erzähle die reine Geschichte. Großmama war die große Geschichtenerzählerin meiner Kindheit. Wenn die Großmama erzählte, begann das immer mit dem Magischen früher. Früher gab es Russen, die mit Geschirr schmissen. Es gab Kutschen und Gouvernanten. Ich habe keine Lust, meine Zeit damit zu verschwenden, Dinge zu suchen, die sich auf dem Tisch zu befinden haben. Das Leben war unterteilt in Hochsaison und Zwischensaison. Diesem Fahrplan folgend, wanderten wir mit Koffern und der ganzen Habe viele Jahre lang von Etage zu Etage. Untertitelung des ZDF, 2020 Glockenzehn Por qué?